Moin Leute, herzlich willkommen zu den olympischen Freedom Squad Minecraft Spielen in Flucht 4. Zusammen mit German, let's play! Hallo! Als Kandidat, beziehungsweise Teilnehmer Nummer 1. Teilnehmer Nummer 2 ist Paletto, yeah! Bäh, das stinkt! Teilnehmer Nummer 3. Das dauert ein bisschen, Leute, wartet. Ja, ich muss kurz in meinen Königreich. Zombie! Jooo, Zombie! Und Teilnehmer Nummer 4, Maurano! Moin! Ja! Woo! Ich werde für das Königreich Paluten mein Bestes geben in dem Wettkampf, der es vor war. So, Leute, ihr kennt das System. Ich hab nicht zugehört. Ihr wollt gerade eine Rede schwingen für den Königreich. Ja, aber es ist keine Zeit. Ja, es ist keine Zeit für solche Sachen. Wir gehen jetzt kurz einmal alles schlafen. Ne? Du sagst mir gar nichts. Manu, wo ist ein Bett? Ich folg dir. Ne, du gehörst zu meinem Reich. Wir bleiben jetzt einfach hier. Sie haben uns doch nichts zu sagen. Ich lache mich aus. Hey, ich dachte, Zombie ist neutral. Ich lache mich aber aus. Zombie macht wieder nur das, was Manuel macht. Ja. Hat gar keine eigene... Ich hab das Gefühl, es ist doch keine Freiheitszone da drüben. Der spielt nur noch mit dir. Ich vermisse den. Ich muss alles machen, was Mado sagt. Ja, jetzt... Wir haben noch nicht geschlafen. Ich hab noch nicht... Wieso liegst du denn noch nicht im Bett, wenn du sagst, wir sollen schlafen? Ja, aber wir schlafen. Okay. Ah, jetzt Nacht durchgeschlafen. So. Leute, ich hab diverse Disziplinen für uns vorbereitet. Die erste Disziplin am heutigen Tag. Ah ja. Kommt mal alle bitte in Palettos Königreich. Äh, Palettos Königreich. Ja, 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 ja. Ja, einmal dort, wo Maudados schönes Haus steht. Der ist schon ein Haus. Ja, klar. Ja, schon fertig, natürlich. Nach den Standards von Palettotown ist es bereits ein Haus. Mhm. Schön, ja. Was macht der denn hier? Guck mal, wer grad mitgekommen ist. Der wollte in dein Reich. Zeig mal. Ist das nicht, ähm... Ah, Jim, let's play, ja. Ja, klar. Kann ich den umnennen? Ja. Ich hab ihn umgenannt. Hund. Okay. Nein! 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 Nein, du doch Hund! Er ist gestorben. Danke fürs umnennen, gut. Die erste Disziplin der Olympischen Minecraft Freedom Squad Spiele. Kommt mit, kommt mit. Aber ich dachte, das wäre hier, weil... Einmal hier längs, bitte. Einmal hier längs, ja. Und auch einmal Tür zumachen. Hier rüber. Mhm. Bestaunet den Lachs hier auf der linken Seite. Der löppt, ja. Ja, der löppt, der Lachs. Hab ich. So. Die erste Disziplin der Olympischen Freedom Squad Spiele ist Kuhweitwurf. Die Regeln sind relativ einfach. Jeder hat insgesamt zwei Würfe. So, jeder darf jetzt einmal kurz, also mit der Gravity Gun, man nimmt sich eine Kuh. Ja. Zack. Und platziert sich hier. Und dann darf man die Kuh weit weg schießen. Und welches, ups, Stück Fleisch oder welche Kuh am Ende weit genug fliegt? Ja. Der hat dann sozusagen... Der erste kriegt vier Punkte, der zweite drei, der zweite zwei, äh, der dritte zwei und der letzte ein Punkt. Ja, okay. Okay, okay. Wir machen einfach ohne Testschuss, dann Maudado startet, Maudado, Abschuss. Ja, oh, oh, hier, hier, hier. Ach ja, oh. Hier, hier war es auf dem Block. Hier wird einmal Maudados... Wartet, vielleicht habe ich irgendwie ein Item, was ich hier... Eine Fackel, eine Fackel. Eine Fackel, ja, eine Fackel, ja. Ja, ich habe eine Fackel. Hier, nehm. Hier kommt eine Fackel hin. Hast du das, Fackel. Bis dato, das ist die weiteste Weite. Gut. Darf Maudado direkt ein zweites Mal oder wechseln wir schon durch? Äh, wir wechseln schon durch. Okay, Zaube. Los. Zweite Person. Okay, 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 okay. Man muss immer hinter dem Zaun stehen, das ist ganz wichtig. Warte, ich habe gerade die Tür genommen. Ah, jetzt habe ich eine Kuh. Ja. Manuel, ich brauche dich als zweiten Schiedsrichter. Achso, okay. Damit das verifiziert wird. Okay. Oh. Hä? Schade. Oh, Mist. Hä? Was hast du getan? Ich habe geschossen. Hat er wirklich geschossen? Ich bin nicht so stark. Es hat nicht so geklappt. Hier ist so... Hier ist so gelandet. Ja, hier ist so. Da ist so ein Meter gerutscht, ja. Okay, da. Okay, ja, schade. War aber ein krasser Versuch, muss ich dir sagen. Das erste ist wirklich gut gewesen. Ich bringe sie wieder zurück. Kann ja nochmal wiederverwertet werden. Oh, upsie. Vielleicht ist sie in den Fluss gefallen. Oh, na, das ist nicht schlimm. So. Okay, ich warte jetzt. Ich brauche noch einen zweiten... Ich warte jetzt. Ja, ja, ja. ...als zweiten Linienrichter. Ja, ja, ja. Okay. Okay, und... Wuh! Oh! Oh! Oh, war hier, würde ich sagen. Weil sie ist noch ein bisschen weiter nach vorne. Ein Block nach vorne gerutscht. Warte, Palle, du film mich aber kurz. Das ist wichtig für den Wettbewerb. Guck mal. Ja, ja, ja. Hier, achte. Ich habe einen Wettblock abgebaut. Ja. Okay, jetzt können wir weitermachen. Boah, repariert. Okay, wie ist die... Ich guck mal, ja. Ich guck mal. Und... Abschuss! Oh, das ist einstürzer als ein Dornflagen mittig. Fast zu weit wie man. Wohlab nur fast. Ah, Mann, ey. Das ist zu gut. Okay, Mordado. Hier, hast du noch den? Ah, ja. Hier ist die Gravity Gun. Ja, okay. Ich habe mir die Technik da abgeguckt. Okay, hier, das ist bis dato... Mordado ist super fein. Oh, oh! Oh! Das war Manualweite. Was? War das nicht Manualweite? Selbst die Altenstinger auf meinem... Ah, stimmt. Ja, okay. Das macht Sinn. Nee, auf Palero weiter, oder nicht? Ja, auf Palero. Ja, Mann, ja. Okay. Mordado hat aufgeschlossen. Okay, okay. Sehr gut. So, ich brauche kurz mein Stehpult. Jetzt komm. Bitte hinter das Weiße. Warte, warte, warte. Oh, Moment mal. Das ist ja unfassbar. Das ist ein Betrüger. Aber warum darf ich beim Falle... Also spring es hier nicht auf. Das Haus ist zu hoch. So. Okay, 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 okay. Ja. Tag. Weiter. Ein weiter als ich. Das war weiter. Ja, ja. Jawoll. Als ob. Okay, okay. Zombie gewinnt, Mann. Zombie gewinnt. Nee, ich bin noch nicht... Ich bin mehr stolz auf meinen ersten Versuch. Aber noch straighter? Eigentlich nicht. Das war deine Paluten. Oh. Ich probiere das mal. Warte. Okay, ich brauche noch einen zweiten zum Verifizieren. Ja, ja, ja. Ja, mal. Ich trinke ein Steak. Lecker. Okay. Okay, Palledo. Also das war meine Fakka, oder? Meine Fakka geht jetzt ins Spor. Oh. Komm. So weit wie vorher. Oh, wieder genau gleich. Oh, nein. Damit haben wir einfach nur eine Runde Zombie gewinnt gespielt. Ja. Damit hat Zombie... Warte, ich schreibe es mir auf. Zombie hat vier Punkte. Manual drei. Und Maudado und ich jeweils zwei. Die nächste... Ah, ja. Oh, das ist cool. Das ist cool. Ja, wartet. Ja, ja, ja. Folgt mir. Die nächste Disziplin hat was mit der Elytra zu tun. Warte, 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 warte. So, einfach hier folgen. Ja, Elytra-Weitflug ist die zweite Disziplin. Äh, wartet. Hier müssen wir kurz durch mein Königreich. Das Königreich. Oh, schönes Haus hier. Boah, das ist so krass. Das Königreich, das gedeiht und wächst. So, hier müssen wir einmal... Wir müssen einmal nach da ganz oben. Und zwar geht es darum, dass wir von einer Anhöhe losfliegen. Hier längst. Der tolle Fahrstuhl. Hier riecht es ein bisschen nach Fäkalien. Hier wird nie geputzt. Ja. Macht bitte zu hinter euch, danke. Weil wir können uns leider keinen tollen Putzroboter leisten. Ui. Ich habe jetzt einen Putzroboter, Leute. Der ist voll cool. Der hat meine Toilette... Also, mein Badezimmer gewischt. Ja, meine Toilette. Nee, der hat... Er hat das richtig sauber gesucht. Ist die Putzroboter? Ja, der kann wischen. Meiner kann wischen. Ist voll cool. Mal kommen. Nur im Boden oder auch nachdem du auf dem Klo warst? Auch nachdem ich daneben gepinkelt habe. So, da wir leider dort keine Tür haben, müssen wir hier so... Hier rüber, so. Ach so. Nee, ist doch gut. Ist doch gut. Wie hast du das gemacht? Genau. Ist das so? Ja. Ja, ja, ja. Auch sehr gut. Okay. Jetzt hier kurz an der Seite. Wo sehe ich? Wo sehe ich ganz ruhig? Ähm... Ja, gut. Ah, nee. Hier oben, hier oben, hier oben. Ja, alles gut. Ja. Hier einmal kurz nach oben. Genau. Hier einmal. Also, Elytra-Weitflug. Es geht darum, dass man... Es ist alles erlaubt, außer die magische Rakete. Ja. Also, es ist wirklich... Man darf hier so rennen, und dann weit springen, und dann die Elytra sozusagen zünden, und dann fliegt man so lange. Und auf dem Block, auf dem... Und dann... Ich habe eine Idee. Ja? Was denn? Wir könnten die letzte Koordinate dann einfach posten, weil das ist genau die, die gerade ausführt. Verstehst du, dass wir dann die Idee zahlen? Ja, aber man kann auch einfach stehen. Jeder kriegt jetzt, sagen wir mal, warte mal, warte mal, warte mal, jeder kriegt einen Dirtblock. Ja. Oder mehrere. Oder... Äh, ja, wartet. Das habe ich eben noch nicht so ganz durchdacht. Warte, ich kann mich abbauen hier. Ich habe auch eine Schaufel. Ja, genau. Dass man dann halt sozusagen den Dirtblock und eine Fackel, hier gibt es... Jeder kriegt jetzt nochmal Fackel, die er dann da so drauf platziert. Dann ist das ja klar. Ja. Ich habe eine Fackel. Und ich mache hier einmal, mache ich schon mal ein Portal hin. Hier schon mal ein bisschen Dirt, Modato. Ja, da. Ja. Komm, hast du Dirt? Ich habe Dirt. Ich habe Dirt. Du hast Dirt, okay. Ich bräuchte dann einmal, Manuel, magst du mir deine Elytra geben? Oder, nee, vergib mal deine Elytra und ich brauche eine Elytra, damit ich das sozusagen filmen kann, wie weit dann die jeweilige Person fliegt. Ah, du bist der Kameramann. Ja, ja, ich bin der Kameramann. Ich bin ja, ich habe hier die Sportübertragungsrechte der Olympischen Freedom Squad Spiele. Manuel fängt an, weil er gewonnen hat. Ja, ich habe sogar meine Elytra. Zombe fängt an. Ich darf einfach. Okay, ich versuche sozusagen dann hinter dir zu fliegen, okay. Dann kriegst du die Portalgun weg. Nein. Achso, ja, sorry. Okay. Zombe, du darfst, du darfst, du hast noch keine Elytra. Ich weiß, ich werde jetzt einfach runtergesprungen. Achso, nein. Mängel musste eine geben. Du hast meine. Du hast zwei. Nee, dann hat Maudado eine. Nee, ich habe dir deine am Ende der Folge gegeben von Maud. Ah, ja, stimmt. Ich habe tatsächlich zwei. Tut mir leid. Manchmal ist es so dumm. Okay. Gut. Zombe, du darfst, du darfst, du darfst ja auch Anlauf nehmen. Und Hauptsache sozusagen. Aber so weit, wie es geht. Genau. So weit, wie es geht, fliegen. Oh nein. Okay, ich bin hinten dran. Ja, sieht interessant aus, der Ansatz. Oh, ja. Oh, da wird jetzt hochgezogen. Ah, ja. Oh, hier ist natürlich das auch gemacht. Ja, oh. Da kann man noch weiter fliegen. Ich mache nicht gut. Oh, hochziehen ist gut. Ja, um gewissen Punkten musst du ja hochziehen. Oh. Als ob. Ich kann nicht bauen. Ich probiere es mal ein bisschen anders. Alter. Hallo. Das war krass. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Ich habe alles gut. So, Zombe hat mich dazu verleitet, jetzt anders aufpassen. Vorsicht, aufpassen. Gegen den Baum bin ich geflogen eigentlich oder so. Ja, ja. Ja, genau. Dann machen wir hier. Ah, sehr smart, sehr smart. Genau. Sehr gut. Dann gib mir mal die Elytra. Dann kannst du hier leben. Und dann pack ich die wieder zurück. Kann da leben. So, dann spieg ich schnell. Du kannst ja dein Portal machen, dein Orangenes. Ah, ja. Das könnte ich machen, aber das wäre zu einfach. Da muss ich sagen, ich glaube nicht. Schieß doch einfach. Ich mache ein bisschen die Sam vs. Wild. Keine Sorge. Ja. So. Warum, 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 warum? Ich kann das doch einfach so machen. Das ist doch gut. Hallo. Darf ich? Arne, Mann, du darfst zuerst. Arne, Mann, stimmt. Wenn du das. Bist du da? Ach so. Ach nein, ich wollte noch gar nicht. Jetzt bin ich schüchtern. Ja, also Zombe. Tipps bitte. Ich habe noch. Also du hast viel mehr Elytrail sich im Leben gemacht. Ja, aber nee. Ja, flieg einfach. Komm, mach es mir bei den Minigames. Oh, Menjel, oh, Menjel, holt sich den Schwung, zieht jetzt nach oben. Das war eine ganz besondere Taktik. Gut, aber nicht gut, glaube ich. Komm mal jetzt weiter, verdammte Axt. Oh, 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 oh. Wer weiß. Vielleicht kommst du hier. Ja, 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 okay. Was? Ich konnte mal hochziehen. Ich habe Speed. Noch mal hoch. Ja, und noch mal. Noch mal, noch mal, noch mal. Ah, jetzt ist es vorbei. Nee, noch mal hochziehen. Und stopp. Hier, ja. Perfekt auf den Bogen gelandet. Top. Oh. Also, ja, bitte einmal Elytra hinwerfen. Ja, aber Zombe hat meinen Flug verbessert. Ich habe den Baum nicht gefällt gegen den Gibt. Nee, hab ich nicht. Nein, 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 du hast ihn trotzdem verbessert, weil durch dich habe ich es dann anders gemacht. Einmal bitte runterwerfen. Ach, die, ach so. Elytra. Ach, du schwebst in der Luft. Ah, ja, ich habe sie, okay. Wie, warte, nein, 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 nein. Schieß das Portal, ich will auch mitkommen. Nein, du musst das stehen bleiben. Okay. Es tut mir leid. Warte, mal los, weiter. So sind die Regeln. Ich setze jetzt einfach meinen Block weiter nach hinten, damit ich noch weiter bin, okay? Bin ich in die richtige Richtung gezogen, Menja? Ja, weiß nicht. Ah, ja, bin ich. Die letzte Koordinate bei dir, welche ist das? Äh, 350 ungefähr. Okay. So, hallo, Maudato. Hallöchen. So. Schön, dich wiederzusehen. Ja, ebenfalls meine große Freude. So, hier, zack, schnapp dir direkt die Schmelütra und dann let's go. Du kannst, du kannst, genau, genau, anlaufen. Ich bin nervös, ich bin nervös. Du kannst es schaffen. Okay, ich schaffe das. Oh, ja. Oh, es ist eine andere Taktik, ja. Ja, ich gehe, ich gehe für den, oh, das ist, glaube ich, keine gute Taktik. Ich bin noch mal hoch. Oh, interessant, ja, da geht's, oh, da geht's noch mal nach oben. Oh, ich bin gerade gestorben, aber Tiki hat mich gerettet. Oh, okay. Ich bin ein bisschen rausgetappt. Nee, ich habe einen Baum gefällt und mich hat einen Creeper gesprengt. Sieht deine Rüstung an? Immer noch, immer noch am Fliegen. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe, immer noch am Fliegen. Ja. Oh, da vorne. Da ist Milieu. Oh, das sieht sehr gut aus. Nein. Nein, besser. Oh, krass. Oh. Also, das sind einfach die Räuberblöcke aus meinem Brunnen. So, Paleto fliegt jetzt noch mal schnell. Oh, Mann, jetzt ist der Druck hoch. Jemand muss paluten eigentlich. Nee, er hat doch seine eigene Kamera. Ich bin ja, ich bin ja meine eigene Kamera. Ich sterbe. Echt jetzt? Ja, nicht sterben. Ja, geh runter, das Wasser. Lock aus. Brenn ab auf seinem Dirtblock, will die Runde. So, okay, Paleto, okay. Jetzt schummelt der ja. Der hat ja keine Schiedsrichter. Nein, ich schwöre, ich schummel nicht. Ich packe auch, ich packe die Rakete, packe ich raus. Safe, der Flug wird gespliced. Ja, 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 ja. So, ich habe auch nichts drin. Okay, so. Der wirft noch einen Speedtrag auf mich oder so davor. Ja, Alter, Cheetah. So, und runter. Guck mal nach da hinten, vielleicht siehst du ihn ja. Dann komm, mit Zoom. Ich habe keinen Optiflein. Oh, nein, das war so dumm. Er ist runtergefallen. Okay. Steine abgebaut. Ja. Nochmal nach oben. Da. Oh, ja. Okay, was hast du gemacht? Oh, ja. Hä? Oh, ja. Was hast du denn gemacht? Ich bin einfach ordentlich nach unten geflogen. Wuhu. Was? Let's go. Paleto ist nicht nur so weit. Paleto. Viel weiter wie ich bei Zombie oder noch mehr. Alter, ich hätte, ich könnte noch drei, drei. Ich habe wirklich, ich habe, ich schwöre bei allem, was mir nie unheilig ist. Bist du noch krasser nach unten? Ich bin, ich bin ordentlich nach unten und am richtig schönen, also der Trick ist am Anfang. Ja, du kannst jetzt mal landen. Oh mein Gott, er ist nicht gelandet. Ja. Aber er schafft ja trotzdem weiter. Oh, ich dachte, wenn ich die jetzt über den Bogen abgeschossen habe, sind wir gestorben. Oh Gott, hier sind Mobs. So Leute, das würde ich sagen, der Punktestand wird jetzt hier eingeblendet. Wo ist der Portal? Die erste Runde. Ja, warte. Wo denn? Da, an, 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 an Portal. Kann ich nicht. Ja, warte. Mein Stick. Mein Stick. Ich ertrinke. Ich ertrinke. Wieso trinkst du denn? Spiel doch einfach. Leute. Also ich, ich fliege hier noch. Leute, das war es mit der ersten Runde der Olympischen Freedom Squad Sommerspiele. Ah ne, ist Winter. Winterspiele. Minecraft-Spiele. Ihr wisst, was ich meine. Genau. Falls ihr weiterhin Lust drauf habt, lasst super gerne einen Like da. Ich habe noch ein paar Spiele organisiert, wo wir dann den finalen Sieger ermitteln werden. Morgen um 14 Uhr geht es weiter. Schaut unbedingt bei German Let's Play, aber vor allen Dingen bei Maudade und Zombie vorbei. Beide Kanäle sind ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut dort vorbei und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss. Tschüss.